hey du bist du wieder auf meinem channel oder was freut mich wieder dass du am start ist und jindo berg meine freunde was geht ab ja heute spielen wir mal wieder auf oldschool basis bisschen mw3 schauen wir mal ne also ich hab bock digga gib ihn gewinnt erst mal eine runde terminal jetzt auf gehör behinderung geht los in 321 dicker wie behindert kann man sein warum mache ich so eine scheiße sogar zeitlupe warum oh Oh, Nosey, Nosey, die Geist. Ich hab das hier hinterlegt. Hey, er hat sich nicht. Nicht mit mir, Kollege. Aufklärungsdrohne online. Oh mein Gott, wie viele sind da? Kaum, jetzt hat sich was geiles. Vorräte sind unterwegs. Verbündete AH-6 überwacht. Oh, das war ich mit denen hier. Und dann kommt der ja auch noch ein bisschen zurück. Aber rasiert. Bum, 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 bum. Was will der denn enttöne und seines Liebens bekommen? Legau mal rein, du Pisse. Legau mal rein, du Pisse. Was will der denn enttöne und seines Liebens bekommen? Hey, hey. Vorräte sind unterwegs. Hey, hey, Bruder, Mann. Die F*** mit Pistole grasiert. Vorräte sind unterwegs. F***. Soll ich Assi sein? Ich mach den Assi jetzt einfach so, weil ich verflucht habe. Ha! 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 Gar nicht! Aufklärungsdrohne online. Wir gehören schon, ich schon jetzt fliegt. Entschuldige. Oh, das sind Blut los. Off-Root. No, Po, vorbei. Drei. Auf-Root. Aber am W3 ist echt schon geiles Spiel, die Grafik ist natürlich dementsprechend. Aber sonst ist das geile Spiel, kann man sagen, was man will. Das ist ein Rutspiel-Feeling, das ist einfach so heftig. Also natürlich, absolut. Mein Shot sitzt gerade full. Mein Shot sitzt gerade full. Geflasht. Nein, nein, ich geh hinter die Wand. Kollege, ich geh hinter die Wand. Vorräte sind unterwegs. Einmal ein Knife, los, gucken wir mal. Du hast geschützt, Digga. Und ich denk die ganze Zeit, was schießt mich da an, Junge? Drecksgeschütz liegt da einfach. Liegt da, ne? Na, boi. Na, weg, weg, weg. Shot sitzt, wie viel hab ich gerade? 24,13. Stabile Runde, ist okay. Kann man auf jeden Fall machen, ne? So, er ist hier unten im Buschrei, Digga. Das scheppert schon rein hier, ne? Der kann, der kann ruhig noch rein. Und ihn mal reingedrückt. Vorräte sind unterwegs. Oh. Nein, Digga! Ich bin so schlecht. Der hat mich gefickt. Missgeburt, Digga. Der hat schon mit... Ah! Den hab ich aber gefickt. Den hab ich... Der ist in der Luft. Der ist in der Luft. Gut gemacht. Aufklärungsdrohne online. Manche können da runterspringen. Achtung! Feindliche Vorräte. Okay, Digga. Er ist da oben. Oh mein Gott, sind da gespawnt. Oh, dieses Geschütz, ne? Wie lange steht das da schon? Das nimmt mich aus dem Konzept raus. Vorräte sind unterwegs. Oh, hält schon drauf ein. Komm locker jetzt von da. Vom Schiff. Vom Schiff, Digga. Ja, moi. Kommen jetzt alle vom Schiff, Digga. Wenn Schiff bei Terminals benutzt, kriegt von mir ein Fünfer. PN lang. Nicht. Glaub ich jetzt. 38, 29. Ey, ich wollte nicht mehr runter. Voll eklig was ich gemacht hab. Richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft. Ekelhaft. Richtig ekelhaft. Cool Weg. Ich will das Kill. Ich will das Kill. Ich will das Kill. Da ist er. Da ist er. Ein Tag wie jeder andere. Gut gemacht. Da ist er. Hehehe. Ich hab das Kill. Guckt euch den Schmagofazi. Wie Scoop. Dreck Scoop. Schmagofazi. 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 Ich hab euch. Ich hab euch. Bisschen. MW3. Hier reingezogen. Und so. Und ich holt euch einfach mal wieder eine PS3. Und zockt. Full MW3. Ehrlich gesagt. Ich hab mich auch immer so gedacht. So. Ja. Viele Hacker. Das ist das und so. Aber ist nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall. Einmal hatte ich ne Lobby. Da war der Typ unsichtbar. Ja. Und mich raus sagen. Bam. Nächste Lobby. Man findet sogar absolut viele Lobbys. Auch nachts. Ja. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Leise ein Like. Ja. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.